Licht ist Leben. Licht erzeugt Stimmungen. Licht ist die Grundlage unserer heutigen Zivilisation. Licht ermöglicht uns, unabhängig von Zeit und Ort zu arbeiten. Doch Licht ist nicht gleich Licht. Es gehört Know-how und Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Installation dazu. Willkommen bei Prolux Licht AG. Unsere Spezialisten informieren, beraten und zeigen die vielen Möglichkeiten der Beleuchtungstechnik auf. In der hauseigenen Konstruktionsabteilung entstehen maßgeschneiderte Lichtlösungen, die dann in unserer Manufaktur fachmännisch umgesetzt werden. Unsere Kunden sind namhafte Architekten, Lichtplaner, Vertreter öffentlicher Institutionen, Elektriker und Privatpersonen. Wir sind der ideale Partner für den Sonderleuchtenbau. Wir haben mit Prolux einen Partner, der innovativ uns mithilft bei den Projekten und auch wenn man spezielle Lösungen sucht, Ideen hat und uns dort unterstützt. Mit der Firma Prolux arbeite ich schon etliche Jahre zusammen. Er ist ein sehr guter Unternehmer, der in Sachen innovative Beleuchtungen in der Planung und in der Ausführung uns immer bei den Seiten ist und eigentlich nur zum Weiterempfehlen. Wir haben für unseren Umbau spezielle Beleuchtung gesucht und haben in der Firma Prolux einen kompetenten Partner gefunden, der uns gut beraten hat und auch die entsprechenden Beleuchtung geliefert hat. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir mit Prolux einen Ansprechpartner haben, der auch pfiffige Ideen für uns kostengünstig umsetzen kann. Dazudem freut es uns natürlich sehr, dass Prolux ihre Produkte am Standort Schlieren fertigen. Ganz unter dem Motto «Made in Switzerland». Mit unserem Know-how aus 60 Jahren Erfahrung und den modernsten technischen Hilfsmitteln bieten wir eine besondere Auswahl an hocheffizienten LED-Leuchten. Niedrige Anschaffungskosten dank fairen Konditionen und ein hohes Energieeinsparpotenzial sorgen für eine schnelle Amortisation der Kosten. Um Ihr Objekt optimal ins rechte Licht rücken zu können, wird unser Portfolio mit eigenproduzierten Serienleuchten und Handelsvertretungen von starken Partnerfirmen abgerundet. Übrigens, unsere eigenen Leuchten können Sie jederzeit nachbestellen, auch nach Jahren. So anspruchsvoll Ihre Anforderungen sind, so vielfältig und innovativ sind unsere Lichtlösungen. Egal ob Einfamilienhaus, Bürogebäude oder Industriehalle, wir realisieren alle Projekte mit Begeisterung. Wenn Sie etwas mehr erwarten als das Übliche, sind wir gerne Ihr Partner. Prolux Licht AG – Wir freuen uns auf Sie und Ihr Projekt.